Hallo und willkommen zu diesem Video, in dem ich euch wieder einen Final Cut Shortcut vorstelle. Und zwar geht es heute um die Dauer eines Clips. Wenn wir sagen, okay, diese Einstellung, die darf maximal 30 Sekunden im Bild sein und wir wollen den Clip danach beschneiden, dann wäre das natürlich blöd, hier dann rumzuziehen, bis der 30 Sekunden lang ist, weil wir sehen jetzt hier, der Clip ist deutlich länger als 30 Sekunden. Ich zeige euch jetzt einen Shortcut, wie wir die Dauer einstellen können. Und zwar drücken wir dafür Ctrl-D und dann kommt hier diese blaue Anzeige und da können Stunden, Minuten, Sekunden und Frames eingestellt werden. Ganz wichtig hier hinten, das sind Frames und keine Sekunden. Das heißt, wenn wir jetzt 30 Sekunden haben wollen, geben wir mal 30 ein und drücken dann noch zwei Nullen, damit das hier auf die Sekundenstelle springt. Und damit haben wir unseren Clip 30 Sekunden lang. Wenn wir jetzt Enter drücken, haben wir den so beschnitten auf 30 Sekunden. Das heißt, mit Ctrl-D kommen wir hier in diese Clip-Länge, bekommen wir angezeigt, wie lang dieser Clip ist und das ist einfach super praktisch, um seinen Clip auf eine bestimmte Länge zu bringen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid morgen wieder dabei, denn ich lade ja hier täglich ein neues Video zu Final Cut Pro X Shortcuts hoch und wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr das Video nicht. Bis dahin, ciao.